Ich bin nicht gewöhnt! Diese Freaks erwarten eine Überraschung! Woho! Es wird so möglich! Nicht sterben! Das ist scheinlich geworden! Das könnte etwas piksen! Weshalb bist du so gewöhnt? Zumindest wissen diese Viecher wie man zahlt! Runter damit! Die Zentimeter! Die Zentimeter ist da zu bekommen! Jeder einzelne Blitz! Nur noch ein Stück mehr! Genau so, friss sie auf! Du hattest so geräumt! Du hattest echt nassen, Schwachkunft! Das Ding ist wirklich hässlich! Nicolai redet schon viel vom Nachhausegehen. Der weiß doch gar nicht mehr, wo zuhause ist. Hey Freaks, ich töte euch gleich weiter! Muss nur noch schnell Munition finden! Ich könnte das Ding den ganzen Tag trinken, wenn ich die Kohle hätte! Woho! Also so möchte ich nicht sterben! Ich bin nicht so glücklich! Ich bin nicht so glücklich! Ich bin nicht so glücklich! Aber was ist denn so? W-Wow! Das sind ganz viele von ihnen! W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! M-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Keine Sorge, ihr braucht uns nichts übrig zu lassen. Wirf ich nicht! Ich bin kein Kaupnochen! Zurück in den Swingertier! Ich möchte gar nicht darüber nachdenken, was sich sonst so auf der anderen Seite des Portals verbirgt. Solange ihr weitersterbt, feuerreich weiter! Kein Knochen für dich! Ich brauche eine Dusche, um das ganze Blut abzuwaschen. Zumindest wissen diese Viecher, wie man treilt. Weg von mir! Jetzt! Mach mich wütend! Jetzt! Mach mich wütend! Das hat sonst niemand gesehen, oder? Es wäre klug! Hey! Nicht kratzen! Du hast gesagt, dass du mit dem Kaiser gesprochen hättest. Und eine Nachricht hast. Leider ist jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt, um dir das zu erklären, Takeo. Hey! неп decides das zu learnnste遙 sao. 都 lösst die Hilfe! Die knocking der Masche ist natürlich super sicher! Ich suche sich einfach eher interessiert! Maschketsche Da TRANSFUSION Das bleibt unter uns, okay? Ohne Kugeln kann ich nicht schießen. Scheiner! Halt! Bis zum nächsten Mal. Ruhig. Fehler haben es versucht. Keiner hat es geschafft. Vielen, vielen Dank. Also, vielleicht nicht so viel. Wir spielen ehrlich. Fangen, Wurmfutter! Doppelte Punkte! Gar nicht schlecht, magische Wand! Hast du deinen Schwib noch, Tech? Jetzt könntest du es benutzen! Ja, ich könnte jetzt einen Drink gebrauchen. Gibt's dazu ein Handbuch, wo die ganzen Features erklärt werden? Ach, scheiß drauf. Ich baller einfach mal. Hoffentlich sind das nicht nur kosmetische Verbesserungen. Ja, Mann! Das könnte uns genau die Sekunde verschaffen, die wir am Ende brauchen werden. Komm schon, das war doch so ein Kratzer! Ja, Mann! Keiner wird das! Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Azeit kommt. Ich bin da. Ja! Ich bin da. Ja. Ich bin da. Begut. Ja, Mann! Ich breche auch mal die Regeln, aber anfassen ist trotzdem nicht. Ich breche auch mal die Regeln. 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 Ich breche auch mal die Regeln.